gerade ist mein paket für unsere online weinprobe gekommen ich habe euch eine riesling von alexander leibler und es ist wirklich der könig der weißwein und wenn ihr euch noch ein bisschen zinkenfrischkäse dazu richtet das ist ein traum und dann passt zu meiner kleidung ein free randrosa also nicht nur besonderes entgegen toller name einer der besten roséweine und schmeckt gut mit so frischkäse mit kräutern oder besorgt euch ein brand amour brand amour der liebesheim ein korsischer schafskäse dann haben wir noch ein spätburgunder für euch von rings einer der besten weinerzeuger überhaupt in deutschland und spätburgunder schmeckt toll mit weißschimmelkäse also camembert bris de foucherie ist gigantisch gut dazu und richtet euch noch ein bisschen olivenöl ein bisschen brot dann kann man das rein dicken es gleitet der magen aus und ihr seid absolut trinkfest für unsere online weinprobe